Der Russe geht, der Chinese kommt. Die Mega-Action mit Superstar Jackie Chan in seinem größten Abenteuer. Die Jagd nach einem Goldschatz wird für ihn und seine Begleiter zum Spießrutenlauf über drei Kontinente. Jackie, Hilfe! Doch mit Charme, Witz und Kung-Fu schlägt er die Konkurrenz um Längen. Superweg! Mission Adler, der starke Arm der Götter. Dienstag, 20.15 Uhr auf ProSieben.